Hello und willkommen zu einem kurzen Crashkurs über den Weg eines Passivkontos, damit wir verstehen, was passiert im Hintergrund, wie wird das Ganze eröffnet und wie wird es wieder abgeschlossen. Einmal kurz die Eröffnungsbilanz, damit fängt es immer an. Das heißt, wir schauen hier jetzt mal genauer auf eines dieser Passivkonten, nämlich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, also Rechnungen, die wir noch bezahlen müssen. Da haben wir hier 90.000 Euro und wir kennen das Ganze so, dass wir jetzt eben sagen, wir eröffnen aus der Bilanz heraus dieses Passivkonto. Das bedeutet dann Anfangsbestand auf der Haben-Seite bei den Passivkonten. Also schreiben wir einfach Anfangsbestand 90.000 Euro. Nur wir warfen jetzt noch einen genaueren Blick darauf, warum diese im Haben stehen. Der Weg des Kontos Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wir schauen auf das erste Geschäftsjahr nach Gründung des Unternehmens. Ganz, ganz am Anfang. Dazu nehmen wir uns das Konto her und schauen mal kurz drei Fälle an. Zuerst einmal, der Unternehmer kauft jetzt Rohstoffe im Wert von 5.000 Euro auf Ziel. Das heißt, 5.000 Euro werden jetzt im Haben hier verbucht auf diesen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Konto. Dann kauft er noch die Büroausstattung im Wert von 20.000 Euro auf Ziel. Die werden ebenfalls im Haben verbucht und der Unternehmer bezahlt eine ausstehende Rechnung in Höhe von 7.000 Euro. Das heißt, da gehen jetzt wieder 7.000 Euro weg auf der Sollseite. So sieht das über das Jahr verteilt aus beim Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungskonto. Und dann wird das Ganze am Jahresende abgeschlossen. Das heißt, wir schließen das Ganze ab und erhalten einen Schlussbestand auf der Sollseite hier in Höhe von 18.000 Euro. Das bedeutet, am Ende vom Geschäftsjahr haben wir noch 18.000 Euro offene Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, also Verbindlichkeiten, sprich Schulden. Und was passiert mit denen? Die werden jetzt auf dem Schlussbilanzkonto verbucht für das erste Jahr. Und die stehen jetzt eben hier im Soll steht mein Schlussbestand. Das heißt, ich buche ja immer Soll und Haben, also müssen die hier ins Haben. Ich buche die jetzt also weiter, Schlussbilanzkonto, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, 18.000 Euro. Alle Passivkonten haben den Schlussbestand im Soll und haben dann beim Schlussbilanzkonto den Betrag im Haben verbucht. Wir schauen an, wie geht es jetzt von hier aus weiter. Jetzt haben wir also Ende des ersten Geschäftsjahres. Wir haben die Ausgangssituation, Schlussbilanzkonto, Jahr 1 und jetzt beginnt das zweite Geschäftsjahr. Und wir haben das Eröffnungsbilanzkonto von Jahr 2. Jetzt geht es ja wieder von vorne los, weil das Geschäftsjahr ist vorbei. Wir haben die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 18.000 Euro im Haben stehen beim Schlussbilanzkonto. Und die gehen jetzt über und bilden meinen Anfangsbestand vom Eröffnungsbilanzkonto. Das heißt, die stehen im Haben. Das heißt, ich muss ja immer Soll und Haben buchen, also müssen die hier im Soll verbucht werden. Eröffnungsbilanzkonto hat jetzt Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, 18.000 Euro im Soll. Und jetzt eröffne ich von hier aus wieder das neue Konto, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung für das zweite Jahr. Das heißt, von dem Eröffnungsbilanzkonto im Soll wandern jetzt die 18.000 Euro wieder als Anfangsbestand ins Haben bei meinem Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Konto. Deshalb müssen die hier wieder im Haben landen und jetzt fange ich wieder an zu buchen. Das heißt, jetzt kommen wieder die Zugänge für das zweite Jahr, die Abgänge vom zweiten Jahr im Sollbereich. Und ich erhalte dann wieder meinen Schlussbestand. Der steht wieder im Soll Ende vom zweiten Jahr und wird dann wieder im Schlussbilanzkonto im Haben verbucht. Und so läuft das Jahr für Jahr. Und deshalb können wir immer Soll an Haben buchen. Und es kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Wirklich an die Regel halten, immer Soll an Haben. Wir schauen nochmal die Übersicht an. Übersicht fürs Passivkonto. Der Anfangsbestand im Haben. Dann die Zugänge beim Anfangsbestand verbuchen. Die Abgänge auf der Soll-Seite verbuchen und der Schlussbestand ist im Sollbereich. Und von dort aus geht dieser Schlussbestand beim Schlussbilanzkonto am Ende vom Jahr ins Haben. Und wird dann per Soll an Haben wieder ins Eröffnungsbilanzkonto im neuen Jahr gebucht. Dort dann wieder im Soll. Und vom Soll aus dem Eröffnungsbilanzkonto geht es dann wieder fürs neue Jahr, wenn ich dieses Passivkonto neu eröffne, als Anfangsbestand ins Haben. Das ist der ganze Trick. Immer an Soll bzw. Soll an Haben buchen bzw. Soll an Haben halten. Und dann seid ihr immer richtig unterwegs. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Hier oben ist meine Playlist zum externen Rechnungswesen. Da findet ihr ganz, ganz viel und eigentlich fast schon alles. Feedback super gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg beim Lernen. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg beim Lernen.